Hallo ihr Lieben, ich bin's Pia und ihr hört gerade eine neue Folge Diffuse News. Es ist Dienstag, es ist der 1. Juni und ich habe den Torben an meiner Seite. Hallo. Hallo. Wir haben nämlich einige spannende Themen heute wieder, denn KIZ nehmen ihren Fans die Beichte ab. Außerdem gibt es ein neues Update von Lena. Dann haben wir eine wundervolle Tourempfehlung für euch und Till Lindemann hat zum Kindertag auch was Neues rausgebracht, habe ich gehört. Du sagst es nämlich gerade, am 1. Juni ist Internationaler Kindertag und passend, aber auch irgendwie unpassend dazu hat Till Lindemann seine neue Solo-Single Ich hasse Kinder veröffentlicht. Worum es geht, wird ja eigentlich schon im Titel klar, aber ich möchte ja auch nicht die ersten Zeilen vorenthalten, denn er singt direkt zu Beginn. Ich steige in ein Flugzeug ein, es wird kalt, ich höre es schreien, ich kenne meine Sitzplatznummer, Panik reitet großen Kummer, ich nähe mich der Klagereihe, immer lauter das Geschreie, der Angst reicht nun Gewissheit hier, ein Kleinkind sitzt gleich neben mir. Da weiß man auf jeden Fall schon, was los ist. Till Lindemann und Kinder ist vielleicht nicht die beste Kombination. Er führt das dann auch noch weiter aus und klärt die Zitat Frage aller Fragen. Kann und muss man Kinder schlagen? Er sagt dann, nein, ich liebe sie, doch sie sollen meine sein. Das Musikvideo steht dem Ganzen auf jeden Fall in nichts nach. Generell wirkt das alles sehr Rammstein-esk. Böse Zungen würden vielleicht sogar von Rammstein-Light sprechen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr bildgewaltig wieder und ja, kaum jemand weiß es natürlich so zu provozieren wie Till Lindemann. Ob der neue Track aber ein Vorbote für ein kommendes Solo-Album ist, weiß man noch nicht. Klar ist aber, dass das Projekt Lindemann, das er gemeinsam mit dem Musiker Peter Tick drin gebildet hatte, schon vor einigen Monaten für beendet erklärt wurde. So und in den letzten Wochen kamen dann ja schon die ein oder anderen neuen Sachen von Till Lindemann. Jetzt eben dieser Song Ich hasse Kinder ist natürlich ein Ausrufezeichen und ja, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, das Video geht bei YouTube schon auch sehr gut durch die Decke. Internationaler Kindertag, Ich hasse Kinder ist schon mal eine Ansage. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte auch eine Zeile von KIZ sein, oder? Also es geht so in diese kuriose Richtung und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn KIZ haben am vergangenen Freitag ja ihr nunmehr sechstes Studio-Album veröffentlicht mit dem Titel Rap über Hass und lieferten damit ja auch mit Abstand die unterhaltsamste und ergiebigste Promophase der Pandemiezeit, muss man sagen. Also Nico, Maxim und Tarek, die haben nicht nur ein Album zum Album veröffentlicht, sie haben auch eine eigene Pressekonferenz abgehalten, die haben ihren Telegram-Kanal befüllt und lauter verstärmende Musikvideos auf das Land losgelassen. Also da war viel in der Promophase los. Mit dem Release von Rap über Hass am vergangenen Freitag ist das jetzt aber noch gar nicht beendet und noch längst nicht Schluss damit, denn Songs wie Unterfickt und Geistig Behindert warten ja quasi nur darauf, endlich auch live ihre volle Wirkung auszureizen. Und genau das testen die Jungs jetzt aktuell auf so einer kleinen Mini-Ein-Mann-Personen-Konzert-Tour aus, könnte man sagen. Auf Instagram und Facebook haben KIZ nämlich vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie zukünftig ihren Fans die Beichte abnehmen wollen. Oder um es mit einem genaueren Wortlaut zu benennen, schrieben sie, ihr seid alle ehrenlos, beichtet uns jetzt eure Sünden. Teilt sie öffentlich bei Instagram als Storypost oder Reel und markiert uns und wir ebnen euch den Weg ins Paradies. Und auf dem Weg ins Paradies liegt in dem Fall ein privates KIZ-Konzert. Unter allen Einsendungen und den intimsten und ehrlichsten Beichten verlosen die drei nämlich private Ein-Mann-Konzerte. Und das erste fand gestern statt und zwar bei der lieben Vivian. Dazu haben KIZ die Kapelle, die man schon aus dem Musikvideo zu Ich Ficke euch alle kennt, zur Konzertbühne umfunktioniert und ihre Songs vom neuen Album performt. Und das klang dann folgendermaßen. Also wer jetzt dadurch Bock auf ein privates KIZ-Konzert bekommen hat, der ist immer noch dazu aufgefordert, seine Beichte abzulegen bei den Jungs und hat die Chance, sich ein persönliches Meet & Greet und Konzert mit Maxim Tarek und Nico zu sichern. Schaut da auf jeden Fall auf dem Instagram-Kanal der Jungs mal vorbei und die Daumen sind gedrückt. Ich würde jetzt einfach an der Stelle nochmal weitermachen mit einem kleinen Follow-up, denn wir haben letzte Woche um diese Zeit schon mal darüber gesprochen. Lena Meyer-Landrut hat nämlich ihren Social-Media-Feed aufgeräumt und Platz für Neues gemacht. Obwohl, Neues ist hier eigentlich auch das falsche Wort, denn sie hat die vergangenen Jahre und ihre Karriere so ein bisschen Revue passieren lassen und in der letzten Woche drei kuratierte EPs veröffentlicht mit dem Titel Optimistic, Kind und Confident und da einige ihrer Songs eben einfach nochmal neu veröffentlicht. Im Zuge dessen wurden natürlich auch die Gerüchteküche angeheizt um neue Musik oder ein neues Album und so, aber jetzt ist offiziell, denn am Freitag kommt wirklich neue Musik und zwar eine neue Single mit dem Titel Strip. Auf Instagram gab es schon kleine Teaser und erste Sprüche zum Song und sie hat diesen ganzen Neuanfang irgendwie sehr zelebriert. Das ist alles sehr pastellige Farben und die Posts sind irgendwie alle so pure, vollkommen. Also diese ganze Reinheits- und Neubeginn-Thematik fühlt sie da auf jeden Fall, lebt sie sehr durch und ich bin mal gespannt, ob mit Strip da sich irgendwie was Neues auftut bei ihr. Total und bei Lena können wir eigentlich auch direkt bleiben, denn am Wochenende gab es im Zusammenhang mit ihr nämlich einen kleinen Instagram-Aufreger und zwar hat die Musikerin Dylan Lena vorgeworfen, dass Lena Artwork und Konzept von Dylans Album Kind für eben diese neue EP, die du eben erwähnt hast, geklaut haben soll. Auf diesem Kind-EP-Cover ist Lena nämlich mit so hochgesteckten Haaren zu sehen und da sind dann noch so zwei, drei Blumenrosen sind es, glaube ich, so um sie herum zu sehen und ja, das Album-Cover von Dylan sieht ähnlich aus, weshalb Dylan jetzt so eine Art Instagram-Kampagne, kann man sagen, gegen Lena gestartet hat. Sie schreibt nämlich, du hättest mich wissen lassen können, dass du meine Arbeit und mein Team und die Grafik magst und wir hätten mit dir über eine Zusammenarbeit sprechen und dir helfen können. Aber wirklich, Mädel, warum musstest du es stehlen? Den Titel, das Artwork, die Fotos, echt jetzt alles? Du solltest dich so verdammt dafür schämen, von einer weiblichen, kommerziell weniger erfolgreichen Künstlerin zu klauen. Das Ganze hat sie auf Englisch geschrieben. Ich habe das jetzt mal übersetzt, damit es ein bisschen deutlicher hier wird und ja, das hat Dylan in mehreren Instagram-Stories, aber auch in einem Feedpost klargemacht. Ich bin aber ganz ehrlich, ich finde die Vorwürfe etwas weit hergeholt. Natürlich gibt es irgendwie Ähnlichkeiten, wenn man sich mal das Album Artwork zu Kind von Dylan und das EP Artwork von Lena zu Kind anschaut. Beide haben hochgesteckte Haare, da sind Blumen zu sehen, pastellige Töne, hast du eben auch schon erwähnt. Aber all das hat Dylan natürlich nicht erfunden. Die Kommentarspalte unter Dylans Post ist sich da auch nicht einig. Viele Dylan-Fans pflichten ihr natürlich bei und von denen teilt sie auch immer wieder DMs im Moment in ihrer Story. Viele sagen aber auch ganz deutlich, dass Dylan da absolut auf dem Holzweg ist und sich da sehr verrannt hat, so, dass es gar keine großen Ähnlichkeiten zwischen den Artworks gibt und so ist das auch in der Musik. Musiker, MusikerInnen schenken sich oftmals nichts. Zum Schluss haben wir noch eine Tour-Empfehlung, hast du eingangs erwähnt und zwar gehen Negroman, früher Negroman und Juju Rodgers auf Tour zusammen. Die beiden vereinen ja so viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Juju Rodgers Botschaften sind so voll hartem Realismus auf englischer Sprache zu hören, sehr direkt vorgetragen. Bei Negroman muss man die Message immer, finde ich, so zwischen den Zeilen erstmal finden. Das ist sehr, sehr vertrackt teilweise. Und ja, beide sind ja schon mal zusammen auf Tour gewesen, sind befreundet und jetzt geht es eben wieder auf Black History Month Tour. Das Hiss übrigens dabei ist durchgestrichen und ja, sie wollen diese Tour dazu nutzen, ja, sich auseinanderzusetzen mit dem bestehenden Status Quo. Ganz egal, ob es dabei um Männlichkeit, Hautfarbe oder Gesellschaft im Allgemeinen geht. Also eine Diskurstour vielleicht so, also inhaltlich, wenn man will. Und genau, das findet im Oktober statt, beginnt am 7.10. in Basel und endet am 17.10. in Berlin. Sind sechs Dates. Könnt ihr auf unserer Website nochmal auschecken, wo das genau stattfindet. Wir präsentieren das Ganze auch. Ist eine coole Sache. Checkt das mal aus. Geht da mal hin. Das wird sehr, sehr gut. Genau. Dann war's das mit unseren heutigen Diffuse News. Schaut auf jeden Fall nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, denn gestern ist ein wundervolles Autotune-Interview mit der Stefanie Heinzmann rausgekommen. Sehr witzig. Sie hat wieder sehr viel gesungen, sehr viel erzählt, sehr unterhaltsam. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt nach wie vor gesund, auch wenn die Inzidenzzahlen sinken. Genießt das schöne Wetter und wir hören uns am Freitag wieder mit neuer Musik von unter anderem Lena. Bis dahin abonniert diesen Podcast. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Musik